5.000, 8.000 Euro, das ist maßlos übertrieben. Urheberrechtsverletzungen im Internet werden häufig abgemahnt. Das sind ja auch die Uploads oder Downloads von Musiktiteln. Auch so etwas könnte abgemahnt werden. Und was bedeutet das? Und das bedeutet, dass sie in Anspruch genommen werden, dass ein Anwalt ihnen schreibt und sagt, unterlasse das für die Zukunft. Und für dieses Schreiben will der eine Gebühr sehen. Die bewegen sich so in der Größenordnung, das ist eine Zahl, die gerade auch kam, die stimmt dann schon eher von 5 bis 700 Euro, was immer noch sehr viel Geld ist.